Hallo, nur ein ganz kurzes Update zu dem Server. Wir haben nämlich gar nicht gesagt, wann wir denn jetzt den Server anfangen und wie die IP lautet. Den fangen wir sowas von instant an, sofort. Und zwar um 1930. Ne, um 1930 fangen wir an zu streamen und der Server ist jetzt schon. Ja gut, der Server ist ja jetzt schon da, aber wir fangen erst an zu streamen um 19.30 und werden jetzt nach und nach die Leute whitelisten. Falls ihr uns also noch nicht angeschrieben habt und heute noch mitmachen wollt... Macht das über YouTube, damit wir auch euch zuordnen können, sonst bringt das nichts. Ja, genau, das ist eine sehr gute Idee, macht das über YouTube. Einfach mit den Kommentaren unter diesem Video jetzt hier bitte. Ja, das ist am einfachsten. Ja, und ich würde sagen, das war's dann auch schon und wir sehen uns dann gleich um 19.30. Genau, wenn wir jetzt jemanden in die Liste nicht gepackt haben und der aber trotzdem kommentiert hat etc. Dann ist das menschlich von uns, dass wir das Ideen eventuell vergessen haben. Wie gesagt, schreibt's in die Kommentare, wir können euch dann mit Sicherheit zuordnen. Jo, richtig. Also, falls ihr euch ungerecht behandelt fühlt, schreibt uns einfach und wir gucken, ob wir für euch noch ein Plättchen haben. Richtig. Das sollte sich eigentlich einrichten lassen, wir haben ja genug Slots. Gut, das war's jetzt aber. Tschüss. Tschüss.